Nach meiner BMX-Show in Baden-Württemberg an der Tattoo-Art-Convention war ich auf der Suche nach einer Person, die mein Tattoo auf ihrem Körper sich drauf tätowiert. Und als ich dann schon fast aufgeben wollte, habe ich dann dieses nette Mädel getroffen. Als ich sie dann auch fragte, ob sie sich mein Logo drauf machen würde, wollte sie wissen, was das bedeutet. Und ich sagte, kein Aufgeben, kein Rückzug. Sie sagte, warum nicht, blickten dann ein und stellten uns doch gegenseitig vor. Sie heißt Malia. Und natürlich wollte ich von der Tätowiererin erfahren, wie teuer ungefähr von der Größe mein Logo als Tattoo ist. Sie sagte, circa 200 Euro. Als nächstes suchen wir erstmal die richtige Stelle für sie aus. Am Arm, am Hals. Nein, das sieht so aus wie Bushido, Mann. Wir nehmen, was ihr geschrieben habt. Am Bein. Danach wird mit der Stencil-Flüssigkeit das Bein eingerieben und das Stencil dann fixiert. Dann kann es ja endlich losgehen. Und schaut mal, die Tätowiererin hat sogar eine Wärmelampe am Kopf dran. Und nebendran lässt sich dieser Tüt auch noch tätowieren. Und was würde mich das kosten, wenn er gleich mein Logo mitmacht? 200 Euro. Ihr seht, es gibt keinen Rückzug mehr. Bald ist das Tattoo fertig. Schon über drei Menschen haben mein Tattoo auf ihren Körper sich drauf tätowiert. Würdet ihr das auch machen?